Niko, würdest du denn behaupten, dass er fremdgegangen ist? Ist doch irgendwie geil, ne? Niko, auf deine Meinung sind wir gespannt. Was hast du denn? Und das mit diesem Runterholen, ja, das habe ich vielleicht gesagt, in der Runde, so aus Spaß, aber das ist doch Blödsinn. Das ist doch ein Scherz gewesen, so dumme. Habt ihr irgendwie mal ein Schraubenzieher? Da oben ist doch irgendwas locker bei dem. Ja, sei nicht so aggressiv, Mädchen. Habt ihr kurz ein... Weil ich hab ein Schraubenzieher hier, warte. So, ich hätte jetzt einmal Stern und einmal Schlitz. Ich weiß jetzt nicht, was du brauchst. Was ist jetzt besser? Was findest du denn lustig? Ja, da waren schon ein paar lustige Momente dabei. Zum Beispiel? Ja, jetzt die Sprüche. Was findest du lustig? Findest du das cool? Was genau findest du denn lustig? Was genau findest du lustig? Bist du dumm oder was? Ja, du hast was viel Besseres verdient. Und ist halt schlecht. Ja, also so verkehrt ist er ja gar nicht, oder? Vielleicht hat ein bisschen schon was mit Show auch zu tun, bin ich aufwann ehrlich. Er wollte uns halt eine Show liefern und wir sind so undankbar.